Dachgeschosswohnung Grüß Gott, mein Name ist Doris Knoblich, ich bin Immobilienfachwärtin und selbstständige Immobilienmarkterin in München. Ich stehe hier in Schwabing und freue mich Ihnen heute eine fast neuwertige exklusive Dachgeschosswohnung anbieten zu können, in dieser Top-Lage. Begleiten Sie mich auf einem Rundgang durch diese schöne Immobilie. Exklusive Einbauküche mit diversen Siemens Top-Geräten. Schirra-Bussystem zur Steuerung aller Lampen und Rollläden. Durchgängig verlegter Parkett in amerikanischem Nussbaum. Solenhofener Kalksteinplatten und Designarmaturen von Axo Citerium. Ich hoffe, diese schöne Immobilie hat Ihnen gefallen. Wenn das so ist, freue ich mich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.